Das Franchise-Konzept von POMMSTORE schmeckt Kunden und Existenzgründern gleichermaßen. Die beliebten belgischen Pommes, pur oder kombiniert mit Currywurst, Schnitzel und Co., finden reißenden Absatz. Kein Wunder, schließlich setzt POMMSTORE neben bester Qualität und schneller Zubereitung auch auf Top-Standorte mit einem hohen Konsumentenaufkommen, wie in Fußgängerzonen oder Shoppingcentern. Von diesem durchdachten Konzept können auch Gründer profitieren, wenn sie sich POMMSTORE als Franchise-Nehmer anschließen. Sie werden unter anderem bei der Finanzplanung, der Standortsuche sowie beim zentralen Einkauf unterstützt. Interessieren Sie sich für eine Gründung in der Gastronomie? Dann sollten Sie POMMSTORE kennenlernen. Einfach hier klicken und weitere Infos erhalten.